die energie verloren so sieht schon ein bisschen besser aus ja ach man sollte speichern ich weiß es ja gut okay ich speichere es weil ich kann ja theoretisch gleich da wieder auf 100 kommen das war wieder so blöd zwei gezielte schuss du lebst immer noch hallo du warst doch eben viel schneller schrott meine fresse das hat aber echt gedauert so jetzt will ich nochmal eben das mg kaputt machen dass der umme ecke auf mich lauert so ein arsch mg so aber das speichere ich glaube ich noch nicht ich habe jetzt wieder viel zu viel munition verplant kann ich denn da hinten rein ich weiß halt nicht was das richtige ist ich will mal eben kurz gucken kann ich da hinten rein theoretisch würde das gehen ja geht nicht ja dann wollen wir mal hier reingucken gucken wir mal wo wir hier lang kommen wenn ich jetzt gleich einen richtig guten raum finde mit mal sehen ich muss locker auf 100 kommen sonst hat es keinen näherwert gehabt das ganze das gift das ist radioaktiv nicht hin hallo ach du schon wieder ah da den kriegen wir auch hier ist tot okay ist auch tot da könnte ich rein riecht das ich bin hier fest ich will mich nochmal hier umgucken vielleicht muss ich da hinten sogar lang naja sieht so aus und hier ist noch ein bisschen vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Energie komm bitte gib mir noch ein paar Medipacks okay die Versuchung ist groß das zu speichern machen wir das ja ne vielleicht ich gehe nochmal eben runter und gucke bevor ich in den oder will ich da direkt rein ne ich will noch nicht direkt da rein springen aber das scheint eine lustige Passage zu werden ah jetzt okay jetzt können wir speichern jetzt habe ich nämlich alles voll wer jetzt noch ein bisschen Panzerung kriegen würde ne okay na da wo ich rauf komm ja gut dann ähm speichern wir mal ab äh können wir da selbst rein oder kann ich das nur anschalten ich kann rein okay ja kann ich mit leben ah so ein Arsch das ist zum Kotzen ich will das Ding da hin ja äh da ich hätte fast das Teil abgefordert ich wollte doch eigentlich nur das hier machen also so was ist um diese Ecke rum ne Tür ja da kommen wir nicht weiter da ist ne Wand und hier komm auch nicht rein und da auch nicht so ach ah okay gelber Knopf Fahrstuhl oder nur ne Schleuse weiß ich nicht auf jeden Fall wird ein neuer Abschnitt geladen hier könnte heißen dass wir vielleicht bald wieder in einen neuen Bereich kommen ich weiß es nicht wir werden es sehen tatsächlich Lambda Kern ja will ich das speichern höh okay ich möchte eigentlich gucken ob wir jetzt noch ein bisschen Energie kriegen oder so ja gut fahren wir habe nicht wir fahren okay ich glaube wir wollen hier nicht groß was soll ich sagen ausharren sondern direkt losfahren oh ne da hinten ist Energie irgendwas hat mich hier angespuckt fuck wer spuckt mich ach du ne das ist schon heftig er spuckt mich hier an okay das sieht schon mal gut aus na gut fast voll ne Schrotmonie oh Granaten ist auch gut da geht es weiter theoretisch wahrscheinlich auch praktisch aber ich möchte mich erst hier unten noch komplett austoben vielleicht finden wir noch ein Medipack oder Panzerung also Panzerung wäre echt mal super habe ich schon lange nicht mehr gehabt ja ein bisschen naja immerhin etwas ja gut dann sind wir einigermaßen ausgerüstet dann nehme ich mir jetzt diese und würde sagen hier eine Speicherung und ja wir haben auf jeden Fall noch Zeit cool das heißt gucken wir uns mal diese Mission an hallo er will nichts mehr sagen hallo oh oh geil möchte ich hin da hinten sind Kisten ja ich muss mich mal kurz am Nacken kratzen so ja was ist das denn ach die kennen wir doch ja doch die sind Ninja das ist das okay dass die hat bei sieh 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 Meine Fresse. Okay. Mit Maschinengewehr sind die schwierig zu erledigen. Ähm. Was tun, Sprachzeus? Haben wir noch Granaten? Ja, die Dinger hier. Da krieg ich auf jeden Fall einen mit Tod. Aha! Mann, ich... Oh, ich wollte gerade eine andere Taktik. Ja. Ihr könnt euch vielleicht denken, was für eine Taktik ich habe. Diese hier. Die eklige kleine Viechertaktik. So, pass mal auf. Ja, such mal schön. Ja, schreien. Sollst du dich nicht angreifen? Nicht auf mich! Ich habe natürlich jetzt viel Energie verloren. Da oben bist du, Arschloch. Komm her. Na. Ich sehe dich wohl da. Scheiß was drauf. Ich versuche jetzt mal hier reinzukommen. Ich weiß, dass ihr ganz schön hartnäckig seid. Blutverlust festgelegt. Blutverlust festgelegt. Also gegen Magnum ist halt ja nicht so immun, ne? Das ist ganz gut. Gut zu wissen, dass es Signal Iduna gibt. Da wird mir ein Penner. Da gehen wir mal ganz gezielt drauf los. Du wolltest mir eine Granate an den Kopf schmeißen. Fuck. Ja, du bist ein Hebel. Ich habe sogar eben Munition für das Maschinengewehr gekriegt. Habt ihr gesehen? Geil. Ich muss diesen nehmen. Das ist am sinnvollsten, glaube ich. Hm. Ein Schuss sind die weg. Wenn ich treffe. Habe ich beide eingesammelt? Könnte es ruhig verrecken. So, ich muss noch einen da drüben erledigen. Da habe ich jetzt aber mit der... Ganz gute Chancen. Oh. Fuck. Ja. Ich habe es gemerkt.